Der Postkutscher in seiner typischen Uniform ist bekannt für die Stadtrundgänge. Er führt die Gruppen zu seinen Lieblingsplätzen in Cottbus. Dabei erzählt er humorvoll vom Leben und gibt interessante Einblicke in die Geschichte der Stadt sowie ihre zukünftige Entwicklung. Dieses Mal ist es aber ein besonderer Rundgang, denn er ist speziell auf die Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Bürgerinnen und Bürgern zugeschnitten. Auf der einen Seite haben wir uns natürlich dem Tempo angepasst. Wir gehen sehr langsam und zeigen natürlich aber auch Eingänge von Kirchen, die barrierefrei sind, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Und wollen einfach auch nochmal darauf aufmerksam machen, wie schwierig das ist, wenn so Kleinigkeiten auf dem Fußweg abgestellt werden, weil man dann mit dem Fahrrollstuhl halt nicht vorbeikommt. Denn im Alltag werden gerade die kleineren Barrieren oft übersehen. Doch für mobilitätseingeschränkte Personen sind sie eine große Hürde. Bei diesem speziellen Rundgang ist aber alles auf die Gäste angepasst. Doch natürlich kostet die Tour auch Geld. Dank eines großzügigen Spenders müssen sich die Teilnehmenden darüber aber heute keine Gedanken machen. Es gibt einen ehemaligen Radsportler, Eberhard Pilschke, der ist im März 90 geworden. Und der hatte vorher mit uns Kontakt aufgenommen und hat gesagt, ich möchte gerne zu meinem Geburtstag keine Geschenke. Ich habe alles, was ich brauche. Aber ich möchte der Schlaganfallgruppe Geld zur Verfügung stellen, dass sie schon mal das machen können, was sie immer schon gerne mal machen wollen. Mal Kahn fahren, mal in die Natur gehen, alles was so sonst nicht möglich ist. Und unter anderem halt auch so ein Stadtrundgang. Und nach dem Geburtstag ist Eberhard Pilschke gekommen und hat jeder Schlaganfallgruppe von diesen dreien 600 Euro zur Verfügung gestellt. Eine Gruppe war Kahn fahren im Branitzer Park damit. Eine Selbsthilfegruppe fährt mit der historischen Straßenbahn. Diese Schlaganfallgruppe, die Schlaganfallgruppe 3 war in der Holländermühle in Straubitz mit Besuch der Kirche. Also so, dass sie wirklich sich das mal wünschen oder dass wir das erfüllen können, was sie sich wünschen. Um sicherzustellen, dass die Tour für alle Teilnehmenden zugänglich ist, hat der Postkutscher die Strecke zu vorm Rollstuhl getestet und die Führung entsprechend angepasst. So können die Bürgerinnen und Bürger in einem angemessenen Tempo neue und bekannte Sehenswürdigkeiten von Cottbus entdecken. Vielen Dank. Vielen Dank.